Herzlich Willkommen zurück zu City Skylines. Und hier sieht man mal ganz groß unsere Prachtstadt, die eigentlich noch relativ klein ist, wenn man überlegt, wie viel Landfläche wir hier noch frei haben. Beim letzten mal sind wir ja hier stehen geblieben mit unserem Autobahnprojekt und da möchte ich natürlich gleich weitermachen, aber es gibt natürlich schon eine Anfrage nach Gewerbegebieten und ich überlege wo ich welche hinsetze. Mal gucken wie lange das reicht. Okay Autobahn. Ich wollte ja genau hier dran verbinden und ich hatte überlegt unterirdisch zu bauen. Okay ich hab ne Idee. Die Idee ist ... die Autobahn, sprich die beiden Straßen ungefähr bis hier zu verlängern, hier dann Abfahrt zu machen natürlich und dann ungefähr hier anfangen schon zu untertunneln, damit der Tunnel hier durch geht und hier halt auch direkt versuchen irgendwo den Tunnel zu setzen. Würde ich sagen. Das heißt als allererstes müssen wir hier abreißen. Also ich hab mir gedacht ungefähr hier die Straße ist. Kann man auf der Höhe die Abfahrt machen? Ja dann kann man hier echt schon den Tunnel ansetzen. So. Nein du sollst dich nicht verbinden hier. Wie sitzt so Hölle? So müsste das doch eigentlich schon funktionieren. Brücke kann man hier trotzdem drüber setzen. Oder? Hier eine Brücke habe. Hier eine Verbindung. Dann gibt's hier natürlich keine Verbindung. Auf der Seite. Rauf. Runter. Und ich reiß einfach mal. Das nochmal ab. Funktioniert das? Warte mal. Da war es doch gerade blau. Da. So. Wow. Hat perfekt gepasst. Na nicht ganz. Ist ein bisschen steil hier geworden. So ist besser. Und dann brauche ich eine Auffahrt und eine Abfahrt jeweils. Ähm. Bei ganz ein bisschen steil jetzt nicht. Das ist ein bisschen steil. Der granddaughter ist ein bisschen feiner. In der Höhe. Das ist besser. In der Höhe. Auf der Rauch. In der Höhe. Da war es auch ein bisschen steil. Da, dass wird das ist. Dann mal ein bisschen steil. Sauber, ein bisschen steil. Und dann allez. Oh, die ist aber fette Kohle. Ah. Okay. Unterirdisch. Auch unterirdisch. So. Verdammt, jetzt ist es nicht genau ehemerdig. So. Ja, so ist besser. Und jetzt probiere ich nochmal. Nein. Nicht so steil, bitte. Äh, was steht denn hier? Was ist denn das? Oh. Das muss natürlich... Da hin. So. Die Straße ist richtig. Die muss umgedreht werden. Die ist richtig und die muss umgedreht werden. So. Dann muss die komplette Seite umgedreht werden. Und die ist wichtig. Okay, cool. Das sollte so erstmal funktionieren. Und dann... Was ist das hier? Ist das eine Bushaltestelle? Egal. Ähm. Busse können wir uns danach kümmern, wenn die Straßen fertig sind. Jetzt brauche ich... Straße. Autobahn. Die soll jetzt hier ran. Okay. Das ist die Frage. Okay. Okay. Also. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Aber es soll ja gut aussehen. Und die Zeit nehme ich mir dann, damit es gut aussieht. So. Nicht ganz perfekt. Aber. Jetzt haben wir eine Verbindung. Ähm. Die natürlich noch gedreht werden muss. So. Ähm. Was meckert ihr hier? Also das sind immer noch die. Sind das die Bushaltestellen? Äh. Ja. Okay. Das mit den Bussen müssen wir nochmal ändern. Glaube ich. Das sieht nicht so sinnvoll aus. Ich mach's erstmal so. Einfach die Haltestellen weg. Hallo? Weg, 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 weg. Geht nicht. Wieso kann ich die hier nicht weg machen? Welche Spur ist denn das? Ah. Jetzt hab ich die Motte hier drauf, hm. So. So. Wurde die Autobahn jetzt benutzt? Ich mein. Theoretisch. Wenn sie jetzt hier rüber wollen. Dürften sie doch jetzt nicht mehr hier außen rum fahren. Sondern. Der Weg ist doch jetzt kürzer. Jetzt brauch ich natürlich nur eine Verbindung hier mit. Also ich muss natürlich auch noch. Ah. Ist ja noch einiges zu bauen hier. Und zwar brauche ich Abfahrten. Von hier. Also. Das ist sobald, nehm? ok erstmal sollte ich hier vielleicht noch die eine einbahnstraße draus machen finde ich wie die kann ich ich kann die nicht verändern warum das denn ich meine verändert sich doch warum sollte der sich daran stören keine verbesserung auf diesen typ möglich warum hey jetzt keine normen ich 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 Der Kreis ist größer geworden, als ich gedacht habe anfangs. Der Kreis ist größer geworden, als ich den Kreis habe. so so erst mal auffahrten und abfahrten vielleicht ist noch genau und dann so warum läuft sich das spiel nicht weiter genau so 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 So, jetzt muss ich überlegen, wie verbinde ich die hier? Geht es eigentlich? Ist es mir möglich? Was ist genau das Problem? Ist es zu niedrig? Ne, würde ich nicht sagen. Ist es hier zu niedrig? Okay, hier ist es zu niedrig. Dann muss ich das anders machen. Ah nein, verdammt. Aber Moment, hier geht es? Okay. Okay. Hey, Alter, ich habe doch gerade... Und dann baue ich... Hm, es gibt keine vierspurigen Einbahnstraßen. Ich probiere es erstmal mit zweispurigen. Äh, runter und hoch. Hoch? Und runter. Okay, das wäre dann die erste Verbindung nach unten. Ich will dann auf der anderen Seite wahrscheinlich auch noch eine bauen. Aber dazu später. Ich will dann auf der anderen Seite. Das ist doch gut. Das muss doch klappen. Shit. Ich bin hier wirklich zu nah dran, ne? Ernsthaft? Okay. Hier auch? Shit, ich bin auf der Seite wirklich zu nah dran, ne, zum, äh, Tunneln. Dann muss ich's so machen. Die Straße baue ich nicht nochmal um, die sieht gut aus. Die Straße baue ich nicht. Die Straße baue ich nicht. Ah, nein, das sieht nicht gut aus. Komm schon. Irgendwo muss das doch funktionieren. Gut, ich muss es mal von der Seite. Okay, die hässlichste Brücke aller Zeiten. Ah, sie wird befahren. Okay, alles klar. Hier noch nicht. Aber kommt vielleicht noch. Die Autobahn wird auf jeden Fall befahren. Was ist denn hier los? Kriminalitätsrate ist hoch. Ja gut. Ihr habt doch keinerlei Zugang zu irgendwelchen anderen Straßen. Ich habe das Gefühl, das Problem ist noch schlimmer geworden hier. Oh mein Gott. Ach, du Heiliger. Okay, ich würde sagen, äh, ich kümmer mich, ich versuche mich nächste Folge darum zu kümmern. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag. Bis dahin. Tschüss. youtube. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017